Ich grüße euch, die Cara grüßt euch, die ist wieder online. Ich hoffe, dass es viele Protestaktionen in Köln gibt. Und ich hoffe, dass starten wir uns mal in Köln kommen. Friedliche Demonstrationen, darauf hinzufalten, dass es auch friedlich geht. Musik ist nun mal auch politisch, letztendlich auf freiem Kosmos, wie Achim Ernst Behrendt gesagt hat, Nanabrama und die Welt ist Klang. Und Musik verteilt sich halt im ganzen Kosmos, was immer Politik auch will. Klang ist everywhere. Ohne Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Auch wenn manche uns Grenzen geben wollen, The Five Rules, hast du die niemals übertreten, wirst du niemals das Leben kennenlernen. Sandra Kreisler. The Kreidler, Entschuldigung. Schneiden, schnitt. Sandra Kreidler. Nicht das postmoderne Arschloch. Söldner. Söldner. Sweet, sweet at home, wherever the home auch ist. Das Haus ist überall auf der Welt. Third wide, word wide web. Lasst euch nirgendwo einsperren, Leute. Freiheit für die Minderheiten. Und wir sind nun mal keine Minderheit. Schon gar nicht Alleinerziehende. Frauen sind keine Minderheit. Protestaktionen in Deutschland, weltweit sollten stattfinden wieder. Genau wie One Building Rising. Und es werden sich mit Sicherheit viele nette Männer anschließen, um genau das zu sagen, was zu sagen ist auf der Straße. Wenn die Frauen im Alter, und das ist statistisch nun schon ewig, mindestens 20 Jahre bewiesen, Armut im Alter ist weiblich. Männer sterben nun mal früher. Ob im Krieg, egal welcher Krieg das nun ist. Und verbleiben dann, wie auch immer. Der Staat hält uns an, mit Staat und Kirche klein zu halten. Das ist schon immer ein altes Mittelalter-Thema gewesen. Das geht natürlich nicht. Und wir fordern natürlich unsere mindestens 20 Prozent, die wir unter dem Mindestlohn arbeiten müssen, zurück. Und zwar für den ganzen Zeitraum, seitdem wir wählen dürfen. Und das ist absolut politisch. Mein Mann hat mich verlassen, Gott sei Dank. Ich sitze auf der Terrasse, denn er war blank. Mein Mann hat mich verlassen, Gott sei Dank. Ich sitze auf der Terrasse, denn er war blank. Wo ist er denn nur hin? Hat das einen Sinn? Er ist mit seiner Freundin nach Australien. Da fliegen viele Fische in der Luft herum. Es sind so viele Haie, und schon macht's bumm, bumm, bumm. Mein Mann hat mich verlassen, ach Gott sei Dank. Ich sitze auf der Terrasse, denn er war blank. Ist er frussisch? Frei von der Sprache? Wir wollen ja niemandem zu nahe treten. Rejen ist nicht ne Vapne, ist ne Gida. Türkisch kann das auch mal sein, das ist wunderbar. Es ist nicht Türkisch, es könnte Syrisch sein. Mein Mann hat mich verlassen, Gott sei Dank. Ich sitze auf der Terrasse, denn er war blank. Er hat nichts hinterlassen, Gott sei Dank. Das ist die Freiheit des Lebens, Power für euch alle. Das ist die Freiheit des Lebens, Power für euch alle. Vielen Dank.